Remi und seine Crew sind am neuen Album aufgenommen und ich darf schnell schauen, was sie machen. Du kannst mir du sagen, du kannst mir du, 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 du kannst mir du sagen. Ey, wieso sollten wir es, tut sie's machen, uns mit Schluss und halt eine Stunde lang drum herum, aber wenn's darum geht, möglichst ohne Umwege, auf den Springenpunkt tut's klangen, auf den Zug und zu rupen, ist alles gut, mein Alter. Man darf einfach gespannt sein. Ich habe jetzt ein wenig gehört. Vielleicht schaffen wir es diese Woche nochmal. Sie sind gerade bis am Freitag hier. Heute Nachmittag habe ich mir ziemlich viel Zeit genommen, um Stromleitungen und Wasserleitungen zu planen und zu überlegen, wo die hinter dem Däfer idealerweise durchführen. So, dass ich mir möglichst nichts verbaue. Ich möchte eigentlich wirklich alles so machen, dass, wenn ich irgendwann merke, ich brauche an dem Ort eine Steckdose, dass ich einfach das unterste Däferteil aufklappen kann und dann eine Steckdose dort setzen, wo ich möchte. Das wäre cool. Ein paar habe ich geplant, aber es ist sicher so, dass die dann am falschen Ort sind. Also, ich hoffe, dass ich am Wochenende wirklich mit dem Däfer anfangen kann, weil ich habe am Freitag Hilfe und ich habe am Sonntag Hilfe. Und jetzt sieht es so aus, als wäre die Wasserleitungen bzw. der Grabe für die Wasserleitungen auch schon recht weit. Es ist mega cool, dass jetzt geht es wirklich so vorwärts. Jetzt kommt es gut. Ich habe mega gefreut, dass alles so etwas läuft. Ich bin sicher, es kommen irgendwelche Probleme, aber jetzt ist es gut. Ich bin sicher, es ist mega cool.